Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Alice Drawles. Ich habe ein neues Kostüm hier gekauft, schick, schick, finde ich. Hier einmal mit Helm. Ah, sieht so aus. Irgendwie schwul. Aber egal. So, es geht nun weiter mit Vrothgar. Wir machen hier, also wir machen hier weiter. Da müsste ich auch genug rein, um mir neue Waffen zu schmieden. Taschenmammut, aber den ist auch noch eins, aber leckt mich am Arsch. Wie lange sie mich nicht genug haben. Oder für irgendeinen anderen Waffenteil sind ja recht, was das sind. Oh, Junge, wie viel rum? Das war mal. Für die richtige Ständer. Ich wollte es noch ein bisschen mit dem Stab machen. Das ist ein Maul, junger Äppchen. Das geht aber auch. Das ist ein Zerstörungsstaat. Hammer drauf. Ich will ein bisschen mehr mit dem Stab machen. Das ist ein Triebsturm, das ist ein Wasser. Das ist echt da. Oh, nicht schon wieder, junger. Das hier Tränk soll zu nehmen, das hier Tränk. Süßes, das hat das. Jute Fahrer, ich habe gekauft. Ich werde nicht eh drauf gehen, bei dem Dingsitz. Was wird eh denn? Das sieht ja so viel aus. Boah, die sind das für Typen, Alter. Boah, die sind das für Typen, Alter. Jetzt sind das für die Spinner. Ich glaube, ich bin ja... Ich glaube, ich bin ja eine... Oh, jetzt ist man ein bisschen schneller unterwegs. Boah, sind das für welche? ich bin mir nur lang ich hoffe, hier hat doch was Tolles von mir, Alter er will mich tot machen ja, sie macht mich tot das versuchen wir doch gleich nochmal, Alter das versuchen wir doch gleich nochmal er ist bei denen hier weg was sind das für Typen? ich will die haben ich will die fertig gemacht haben ja, gleich ist ja mein Dings wieder aufgeladen er ist in der Zeit er ist in der Zeit und alle sind der Typ ist und wieder leck mich Pferd, Alter Aber meine Fahne ist fertig, sehr schön. So, jetzt greifen wir mal erst wirklich zuerst mal den Typen an. Oh, ich werde uns schon alle in Direktion. Ja, aber damit kann er nicht. Gegen Feuer ist er nicht so immun. Oh, zurück zur Fahrer, Jungs. So, jetzt laufen, jetzt muss ich laufen, Alter. Na gut, aber er bleibt der Tod. Soll ich gewusst, Junge. Alter, was seid ihr denn für Krieger? Wenn wir mal. Aber erst jetzt tot, ne? Sehr schön. So, es greifen wir hier nochmal an. Boah, Alter, die sind drin. So, sie haben wir. Boah, er kommt ja wieder irgendwo runter, der Typ. Los, drauf, da. Ich wollte aber auch ein Künderbild, Alter. Ja, wir haben sie. Und das war's jetzt, oder was? Oh, ihr Pfeifen. Klasse. Toll. Naja. Oh, das ärgert mich jetzt. Dass sie nichts dabei gehabt haben. Oh, jetzt gehen wir weiter zur Mine. Oder was? Erst mal gucken, was hier noch ein fettes Vieh ist. Da sind sie wahrscheinlich auch noch tot. Ach, das ist ja dieses Vieh hier, ja. Die Roboter. Den seht ihr schon. Boah, ich fiele aber auch. Was war denn jetzt mit Ködern? Alter, die Marietung ist mega fertig. Tö, totbevor gut anfingen. Ey, das wird so nichts. Das wird so nichts. Machen wir hier mit dem weiter. Junge, 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 Junge. Da komme ich noch nicht durch. Ich werde das gesagt. Ich höre doch hier was. Da bist du ja... Oh, der hält auch ein bisschen aus. Das ist ja wartet. Die wird immer stark wieder zu früh. Knüppel rein da jetzt. Oh, der macht sich im Arsch. Da haben wir ihn doch. Fünfzehn, mehr hat er nicht. Lump. Alfa, wir haben den Stepienpunkt gekriegt. Das Ritual, was hier. Präzise Schläge. Und hier durchdringend ist es zu gut an. Hier noch mal so welche da. An diesen anderen. Oh, ein Heiler. Die machen mich doch jetzt fertig. Ey, das gibt es doch nicht, Alter. Was ist denn hier los? Na gut, da werde ich jetzt erstmal nach Osinium. Und mal nach neuen Waffen gucken. Schmieden, schmiedereien. Leckt mich am Arsch, das ist hier Action. So. So. nur mit tanzen oder so hier und war noch die schmiederei und verkaufen es ist hier ein händler wie es aussieht so quatsch hier so mit der händlerin ich könnte eine pause was ist anzubieten ob er so viel was verkaufen fangen wir mit waffen dann schaden moment 1037 die linie viel besser aus jetzt aber braucht ihr etwas nein ich will was loswerden so den bogen den den ganzen haben die ganze haben den ganzen haben also den falschen punkt gehoffte nämlich zurückhaben und die platze haben ich jetzt auch noch haben so ist wo man hier schweres so behalten wir natürlich leichte rüstung also haben mit der rüste ganz aufhaben sehr schön so voraus wieder getränke material kaffee jute fahrer können weg den rest weil ich erstmal noch hier bilden das letzten katholik verschiedenes die das letzten weg gebunden sammelstück also alles operieren die katholik die können weg katholik katholik schulden so nur für erwärten da kommen wir heute hier katholik katholik und das ist alles hier im Dienst behalten wir noch so rüstungen die beiden worten dann folgen und dann die katholik 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 So, gucken wir mal herstellen. Wir wollen hier was dickes. So, was nehmen wir denn mal für Dings? Ich würde sagen, nehmen wir auch mal Nord, wa? Hier habe ich eine Axt. Wie war den da? So, aufwerten. Wäre ja geil. Sehr schön. Aber nochmal kann ich nicht, ne? Denn dieses mache ich jetzt ja hin. Jetzt ist das Schwert hin. Dazu brauche ich hier mal ein bisschen Dremelöl. So, dann schauen wir nochmal kurz. Dahin. Verobern. Brauchen wir keine Verzauberung? Ich habe doch hier beschrieben, dass ich die Verzauberung nicht verkaufen kann. Oh, ich habe nur ein Dremelöl. Ärgert mich. So. Ich will sich nicht aufhören, sondern verkaufen sollen. Hier gefällt mir das Wasser, das kann weg. Ach, komm weg. Pech habe ich ohne Ende. Hm. Er hat mich jetzt gerade ein bisschen. Na gut. Ich will sehen, vielleicht kriegen wir ja irgendwo von dem Händler ein Dremelöl. Brauchen wir die Wanne. Wo haben wir denn die Händler? Mhm. Gehen den Händler da oben. Das wäre geil, wenn einer von denen ein bisschen Dremelöl hat. Ich will das. Sind die die Gliede hinterlassen? Oder was? Ich gucke nochmal rein. Ja. Oder auch nicht. ach eben bist na gut das ist kein entlang das ist kein entlang stehen hier draußen oder was ja